Heute vergleiche ich das Realme X50 Pro 5G mit dem Xiaomi Mi 10T Pro. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Design Bei der Kategorie Design gewinnt das Realme X50 Pro 5G deutlich mit 47 zu 40 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 9 Gramm leichter, 6,1 Millimeter kürzer und 2,2 Millimeter schmaler. Das Mi 10T Pro hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 0,1 Millimeter dünner. Bildschirm Im Bereich Bildschirm kommen beide Produkte auf 60 Punkte. Bei folgenden Merkmalen ist das Realme X50 Pro 5G besser, 3,5% höhere Pixeldichte und OLED- bzw. AMOLED-Bildschirm. Bei folgenden Eigenschaften hat das Mi 10T Pro bessere Werte vorzuweisen, 3,6% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung Beim Punkt Leistung gewinnt das Realme X50 Pro 5G sehr knapp mit 92 zu 90 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. 4 GB mehr Arbeitsspeicher Kameras In der Kategorie Kameras ist das Mi 10T Pro mit 78 zu 59 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 47% mehr Megapixel der Hauptkamera Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung Zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme 6,1% größere Blende bei minimaler Brennweite Hat einen Blitz mit Dual-LEDs Hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung Es hat einen manuellen Fokus Hat Laser-Autofokus Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat Eine Blitz-LED mehr Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung Und hat einen vorderseitigen LED-Blitz Das Realme X50 Pro 5G hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile Zweifach mehr Megapixel der Frontkamera Schnellerer Foto-Autofokus durch Phasendetektion bei Fotos Und hat eine Frontkamera mit zwei Linsen Audio Im Bereich Audio kommen beide Produkte auf 33 Punkte Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen Akku In der Kategorie Akku ist das Mi 10 T Pro mit 81 zu 65 Punkten eindeutig vorne Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus 19,1% mehr Akkuleistung Und kann andere Geräte kabellos aufladen Reverse Wireless Charging Eigenschaften Bei der Kategorie Eigenschaften ist das Mi 10 T Pro mit 94 zu 85 Punkten deutlich vorne Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser Unterstützt ANT Plus Hat einen Infrarotsensor Benutzt eine 3D-Gesichtserkennung Und hat einen Iris-Scanner Ergebnis Mit 92 Punkten liegt das Xiaomi Mi 10 T Pro in der Gesamtwertung eindeutig vor dem Realme X50 Pro 5G mit 76 Punkten In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt Ich freue mich über jeden Like, um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke